Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu diesem kleinen Reaktionsvideo von mir. Und zwar geht es nämlich darum, dass ja bei mir in den letzten Tagen Hater-Kommentare unter meinem Ankündigungsvideo von Evoverse2K19 aufgetaucht sind. Und diese Kommentare waren von manchen Leuten von dem YouTuber Queasy, seiner Community, also nicht Queasy direkt. Ich habe das auch heute extra nochmal in meinem Video gesagt, dass Queasy damit nichts zu tun hat, dass er sogar davon ausgeht, dass er nichts davon weiß und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass überhaupt ein YouTuber sagen würde, hey Community, komm, wir gehen jetzt da drunter und sagen, oh, du hast das ja alles von uns geklaut. Das würde keiner machen und deswegen habe ich das auch extra nochmal betont in dem Video, was heute dann von mir ja hochgeladen wurde, die erste Video vom Universe-Modus. Auf jeden Fall ganz großen Respekt an Queasy, dass er sich wirklich die Zeit genommen hat. Der hat ein 30-Minuten-Video, über 30-Minuten-Video aufgenommen, um über diese ganze Sache zu sprechen. Er hat sich bei mir entschuldigt, was ich echt groß finde, weil in meinen Augen, gut, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, aber es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, dass er das macht. Das hätten er halt dann die Leute machen sollen, die wirklich für diese ganze Sache verantwortlich gewesen sind. Denn ich kann auch nochmal dazu sagen, aufgrund diesem Video war es dann für Queasy auch nicht möglich, dass er einen eigentlich geplanten Event oder ein Video nicht mehr heute produzieren konnte und das jetzt verschieben musste. Und das ist einfach das Traurige an der ganzen Sache, weil nämlich im Endeffekt durch diesen ganzen Vorfall leiden jetzt nämlich auch die Zuschauer darunter, die sich eventuell schon auf das kommende Projekt gefreut haben, was dann wohl hätte morgen kommen sollen. Auf jeden Fall, um das Ganze nochmal abzuschließen, und zwar wir haben nämlich auch, als das vorgefallen ist mit den Kommentaren, bei mir im Discord darüber gequatscht. Ich habe da sogar Screenshots von gemacht, damit die Leute das mal sehen. Und zwar war es dann nämlich auch so, dass da noch welche von meiner Community meinten, hey komm, wir gehen jetzt da unter die Videos und werden dann drunter schreiben, dass das ganze Konzept geklaut ist. Und da habe ich noch extra gesagt, hey Leute, wenn ihr das jetzt macht und ich kriege das raus, ich werde euch sowas von auf meinen ganzen Kanälen, auf meinen Kanälen, genau, auf Twitter, auf YouTube sowieso, auf Twitch überall, weil das ist nämlich einfach eine Art und Weise, wo ich keinen Bock drauf habe und mich selbst zu alt für fühle. Ich bin 31 Jahre alt und ich habe da einfach keine Lust drauf, dass man da in so eine Scheiße reingezogen wird. Vor allen Dingen, wenn ihr nämlich sowas machen würdet, das ist bei Queasy nämlich genau dasselbe, sorgt ihr nämlich noch dafür, dass dann der YouTuber an sich nämlich noch total in den Dreck gezogen wird, obwohl wir als YouTuber gar nichts dafür können, wenn dann manche Teile von der Community meinen, dann da in dessen Namen Scheiße zu bauen und das ist einfach was, was gar nicht geht. Deswegen habe ich wirklich konsequent gesagt, wenn ich mitbekomme, dass irgendeiner da Hater-Kommentar oder sowas drunter schreibt oder irgendeinen anderen Kram, die fliegen bei mir direkt raus. Und ja, ich finde es eigentlich wirklich traurig, so ein Video überhaupt halt machen zu müssen. Das ist nämlich auch immer, wenn ich so in YouTube reingeguckt habe und die Trends und dann war hier so meine Ansage an den und den und YouTuber XY ist ein Vollidiot und dann hat YouTuber XY wieder ein Gegenvideo gemacht und sowas. Das ist einfach traurig, dass sowas überhaupt heutzutage gemacht werden muss und man quasi anscheinend die Aufmerksamkeit für sowas nur noch bekommt, indem man solche Videos produziert und dass man einfach gar nicht mit den Leuten normal und vernünftig schreiben kann. Aber auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, sehr, sehr großen Respekt für das, was Queasy gemacht hat. Und aufgrund dieser Tatsache, ich habe nämlich erst noch gedacht, erwähne ich das heute in dem heutigen Video vom Evoverse-Auftakt, was da vorgefallen ist. Zum Glück habe ich es gemacht, denn dadurch ist eben Queasy anscheinend wirklich auf diese Thematik aufmerksam geworden. Und ich kann auch nochmal sagen, sollte irgendeiner von meiner Community bei dir Scheiße oder sowas geschrieben haben, weil du meintest ja auch in deinen Fortnite-Streams, dass dir schon unterstellt wurde, du hättest das geklaut oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Sollten das wirklich Leute von meiner Community gewesen sein, ein ganz, ganz großes, dickes Sorry. Also ich habe eben gesagt, du hättest es nicht machen müssen, aber ich würde es natürlich genauso machen. Ich mache es ja auch gerade. Wie gesagt, wir können da eigentlich selbst nichts großartig machen. Das sind Dinge, die von der Community verursacht werden. Und ich kann auch nochmal ganz klar sagen, ich bin auf keinen sauer, wenn jemand mit seiner Community ein Community-Event macht und da die Abonnenten als Charaktere einfügt und sowas. Das ist ja völliger Blödsinn. Ich habe kein Patent auf die ganze Sache. Ich finde das gut, wenn ein Spiel wie WWE 2K19 überhaupt über einen längeren Zeitraum so eine Aufmerksamkeit bekommt, wie es jetzt zum Beispiel bei Fortnite der Fall gewesen ist. Ich bin jetzt zwar kein Fortnite-Spieler, aber ich finde es trotzdem cool, was aus so einem Spiel, was daraus für eine Community und für eine Langzeitmotivation entstanden ist. Und das ist eben auch etwas, wo ich es toll finden würde, wenn das bei WWE-Spielen der Fall wäre. Und bin tatsächlich auch begeistert, wie viele Leute sich wirklich für Wrestling-Spiele begeistern können. Und deswegen würde ich niemals hingehen, weil ich meine, das ist doch geil. Man hat eine Community und jeder, der YouTube macht, fügt dann da seine Leute ein und dann hat man da zusammen ein bisschen Spaß. Und das ist ja auch interessant zu sehen, wie sich die ganzen Wrestler dann entwickeln in dieser ganzen Karriere. Kann ich auch nochmal sagen, wie gesagt, wir hatten 278 Folgen. Das ist eine geile Sache, sich da mit den Leuten auszutauschen in den YouTube-Kommentaren, was da alles passiert ist, auch auf Discord oder auf Twitter, wo auch immer. Und deswegen niemals würde ich sagen, hey, das ist nachgemacht. Das Einzige, wo ich da wirklich dann echt sauer war, dass mir unterstellt wurde, dass ich das nachgemacht hätte. Aber da habe ich ja schon dazu gesagt. Das ist, bin ich mir zu 100% sicher gewesen, dass das nicht in deinem Auftrag gewesen wäre. Ich glaube, das würde kein YouTuber machen, seiner Community sagen, hey, komm, wir zerbomben dem jetzt hier die Kommentare. Das ist einfach, ja, unterste Schublade. Und von daher, für mich war das absolut nicht vorstellbar. Auf jeden Fall, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch großartig sagen soll. Ähm, außer eben, ja, Dankeschön dafür, dass du darauf reagiert hast. Dass du dich dazu geäußert hast. Und natürlich auch, dass du wirklich zu deiner ganzen Community gesagt hast, dass die alle mal bei mir vorbeischauen sollen. Das Gleiche kann ich natürlich auch an meine Community zurückgeben. Ich habe es eben schon gesagt, ich finde das super, wenn ein Spiel wie WWE 2K19 so eine große Aufmerksamkeit bei YouTube erreichen kann. Und daher auch, äh, ja, ein Appell an meine Community. Wenn ihr WWE-Videos sehen wollt, dann schaut gerne auch mal bei Queezy vorbei. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, er streamt bei YouTube. Das ist nämlich auch so eine Sache, weil er noch meinte, ähm, dass er andere auch unterstützen würde. Ich mache das ja genauso. Wenn wir jetzt zum Beispiel streamen, also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt, äh, das so aufgefasst habe, dass er mir unterstellt. Ich würde das nicht machen, auf gar keinen Fall. So ist das jetzt nicht gemeint. Aber ich wollte auch nochmal sagen, bei mir ist das ja auch so, wenn wir zum Beispiel WWE streamen und ich mache dann den Stream auf Twitch aus, dann gucke ich auch jedes Mal, wenn ich noch eine gewisse Anzahl an Zuschauern habe, ähm, gehe ich rein in die Suche, gucke, wer spielt WWE 2K19 im deutschsprachigen Raum und suche mir bewusst nämlich immer denjenigen raus, der gerade die wenigsten Zuschauer hat, um den ein bisschen zu pushen. Das ist einfach was, was mir total viel Spaß macht. Und ich habe ja selbst den ganzen Leuten so viel zu verdanken. Ich meine, ich habe jetzt innerhalb von einer Woche 1000 Abonnenten gemacht. Das, was ich jetzt an Aufrufen derzeit habe, das ist was, davon habe ich geträumt. Das habe ich, keine Ahnung, die Aufrufe, die ich jetzt innerhalb von einem Tag habe, die habe ich sonst im Gefühlt drei Wochen gehabt. Und das ist einfach was, was ich auch dann an andere zurückgeben möchte. Weil es kann ja auch sein, dass derjenige, der da WWE spielt, auch Teil meiner Community war. Und das ist einfach so mein Dank dann auch an alle, weil ich eben auch möchte, dass, wie gesagt, solche Spiele und auch andere Leute dann auch ein bisschen mehr Spaß dabei haben. Weil wem macht bitte Streamen Spaß, wenn man nur einen Zuschauer hat oder sowas und da keiner mitschreibt. Deswegen, äh, ja, finde ich es auch super, was Queasy macht, dass er da auch anderen Leuten eben unter die Arme greift. Und ich kann auf jeden Fall nochmal sagen, ähm, ja, schaut mal bei Queasy vorbei. Vielen, vielen Dank an die netten Worte, die du an mich gerichtet hast. Auch für das, was du gesagt hast, von wegen Respekt dafür, dass ich so viele Folgen durchgezogen habe. Ähm, ich kann auf jeden Fall bestätigen, ich habe das Ganze noch gemacht, bevor ich, äh, quasi, ja, ich habe das noch zu meinem Beruf nebenbei noch. Man hatte teilweise nachts nur drei bis vier Stunden Schlaf. Und, äh, ja, jeder, der halt mal so eine Folge gemacht hat, die so 40 Minuten geht, die dann auch noch geschnitten werden muss und alles, der, ja, kann dann ungefähr sich auch zusammenrechnen, wie viel Arbeit wirklich in 278 Folgen drinsteht. Also, da kann ich auf jeden Fall recht geben. Teilweise war es wirklich sogar so, ich habe mir echt überlegt, ob ich mit dem Modus aufhöre, weil es einfach wirklich so gewesen ist, dass ich nicht mehr wusste, wie ich das zeitlich organisieren wollte oder konnte. Aber ich wollte einfach für meine Community da sein. Die Leute haben mir geschrieben, hey, komm, obwohl ich schon gesagt habe, ich höre jetzt wahrscheinlich auf, bitte mach Evoverse weiter. Ich wollte einfach für meine Community da sein. Ich wollte denen das zurückzahlen, die mich aufgebaut haben. Und, äh, ja, einfach großer Dank da auch nochmal an dieser Stelle an alle, die mich da unterstützt haben. Vielleicht sind ja auch ein paar Leute, die, äh, Queasy gleichzeitig schauen und meine Videos schauen. Also, es ist auf jeden Fall schon, ja, hoffentlich dann für jeden was dabei. Und, ja, ich würde aber sagen, da ich eigentlich nicht mehr weiß, was ich noch sagen soll, außer eben Dankeschön an Queasy, was ich jetzt schon ein paar Mal wahrscheinlich gemacht habe. Ähm, die Entschuldigung ist auf jeden Fall angenommen worden von mir. Auch an jeden Einzelnen, wie gesagt, Queasy teilt da ja auch die gleiche Meinung wie ich, dass man sich erstmal mit dem YouTuber auseinandersetzen soll, bevor man direkt anfängt, jemandem zu unterstellen, man hat was nachgemacht. Weil, ja, gerade bei mir ist es eigentlich auch nicht so schwer, dass rauskommt. Weil eigentlich WWE ist das einzige Spiel, was ich in der Form auf YouTube mache. Weil es mir einfach Spaß gemacht hat, über Wrestling zu quatschen. Bei mir im Freundeskreis ist es halt nicht mehr so. Also, ich sag's jetzt auch nochmal, ich bin 31 Jahre alt. Ich hab 1993 das erste Mal Wrestling geguckt, teilweise mit Freunden oder durch Freunde darauf aufmerksam geworden. Und, ja, von meinen Freunden ist eigentlich keiner mehr Wrestling-Fan. Ich hab damals mit WWE-Videos angefangen, weil ich einfach Lust hatte, einfach mal zu gucken bei YouTube. Okay, ich mach jetzt ein paar Videos, bin jetzt zwar auf dem Gameplay ja nicht der Beste, aber ich versuch einfach so ein bisschen über alte Matches von den Wrestlern zu quatschen und solche Dinge. Und deswegen hab ich eigentlich mit WWE angefangen. Deswegen ist das so ein Steckenpferd von mir geworden. Und, ja, deswegen ist das auch nicht so schwer dann herauszufinden quasi. Also jetzt nicht nur bei mir, auch bei anderen YouTuber natürlich, was dann eigentlich so der Kernpunkt ist. Und deswegen kann ich jedem nur sagen, bevor ihr jemanden hatet, schaut euch wirklich den Kanal von jemandem an und guckt erstmal, hört dem Menschen, der wirklich da in dem Video erzählt, hört dem ein bisschen zu. Guckt, ob der sympathisch ist für euch. Und selbst wenn es das erste Video, wenn es euch noch nicht flasht, dann gebt vielleicht noch ein zweites Video eine Chance. Das ist immer wieder der beste Weg. Und ich spreche einfach aus Erfahrung, wie gesagt, ich hab schon ein paar Jahre auf meinem Buckel mit meinen 31 Jahren. Das ist einfach Lebenserfahrung, die ich jedem weitergeben kann. Ich bin aber jetzt auf jeden Fall raus. Wünsche natürlich Queasy, der gerade gemeint hat, er spielt jetzt Fortnite im Stream. Noch ganz viel Spaß und natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg mit seiner Community, auch an dieser Stelle. An meine Community, der Appell, lasst mal Queasy ein Abo da. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion, weil ich kann es immer wieder sagen, ich finde es cool, wenn ein Spiel wie WWE 2K19 oder 2K18, 2K17, wenn das so eine große Aufmerksamkeit erreicht, obwohl es vom Gameplay in den letzten Jahren nicht so gut war und jetzt dieses Jahr endlich mal an einem Punkt angekommen ist, wo man auch Spaß damit hat. Ich bin jetzt raus. Bedanke mich bei euch allen dafür, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht sieht man sich ja mal hier in den Kommentaren unter den Videos von mir oder natürlich auch bei Queasy. Also haut rein, habt noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, macht's gut und ciao.